hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder eingeschaltet habt wie ihr es im titel und im namen schon gesehen habt gibt es heute mal wieder ein blogger box unboxing für euch das hat euch letztes mal richtig gut gefallen und deshalb dachte ich mir zeige ich euch das heute doch gerne noch einmal für mich ist die buchbox auch etwas ganz ganz besonderes nicht nur dass sie lila ist und hier bei uns im haushalt lila sehr sehr gerne gemacht wird nein es ist nämlich die box zu kürtet be love und das für mich besondere daran ist einfach die tatsache dass das buch von lea geschrieben wurde die meisten von euch kennen leer wahrscheinlich unter dem namen liberarium sie ist nämlich auch booktuberin und auf bookstagram und booktalk unterwegs und das schon seit vielen jahren lass es 2011 2012 sein also sie war eine der ersten ja die im world wide web ganz öffentlich über bücher und co gesprochen hat ich kenne leer tatsächlich aber schon länger schon quasi seit vor ihrer buchblogger zeit ich habe sie nämlich auf dem von fans organisierten tribute von panem fan event damals kennengelernt das war damals in köln und es war mega witzig und seitdem ja haben wir immer mal mehr oder weniger kontakt zumindest sehen wir uns einmal im jahr auf der magic con in bonn und das wird auch dieses jahr wieder der fall sein da wird dann einen abend gequatscht gefeiert gelacht erinnerungen in erinnerungen geschwägt et cetera et cetera aber darum soll es heute nicht gehen denn ich möchte euch zeigen was der liebe one verlag mir das schönes zugeschickt hat und da möchte ich mich auch gerne noch mal beim verlag bedanken ich finde das nämlich nicht oder für mich ist das nicht selbstverständlich zu einem buch auch eine blogger box zu erhalten weil ich nämlich schon als ja groß ehren finde wenn die verlage einem ein buch zur verfügung stellen und nicht noch viel mehr außenrum so ich habe mir jetzt hier ein messer geschnappt und werde das jetzt mal hier aufschneiden ich habe es extra noch nicht gemacht damit nicht beim thumbnail schießen auf einmal die kartonage auseinander geht so ich mache es wie immer ich stelle das ganze mal hierhin vielleicht sollte ich die kamera ein stückchen runter drehen so damit das auch besser passt ich schneide zwar damit meinen kopf ein bisschen ab aber ich denke das ist okay für euch so sieht das ganze von innen aus so ein richtig schönes glitzer papier und ich glaube das werde ich auch aufheben der mensch ist ja ein sammler und jäger packen wir das jetzt mal aus zuerst hätten wir jetzt einen brief auch mit dem cover natürlich wieder drauf was wäre wenn hast du dir auch schon mal diese frage gestellt was wäre wenn ich damals mutiger gewesen wäre was wäre wenn ich den ersten schritt gewagt hätte bonnie ist eine klassische overthinkerin anstatt auf ihre crush zuzugehen erstellt sie playlist für sie es ist so viel einfacher von einem was wäre wenn zu träumen bis sie die alte playlist von ihrem crush luka hört und plötzlich in italien am strand befindet mit luka ich freue mich so sehr dass du bonnie auf ihre reise durch die alternativen welten mit ihren crush begleitest musik spielt nicht nur bei den playlists eine wichtige rolle sondern auch in meinem leben und sie ist unverzichtbar darum habe ich das buch unter anderem meiner gesangslehrerin sissi gewidmet und mein bester freund hat mit seiner band we are age den song sirenen produziert der auch im buch noch eine wichtige rolle hat liebst du musik liebst du geschichten mit alternativen welten komm mit bonnie nach edinburgh und erlebe die magie von could it be love hier ist auch noch was von spotify abgedruckt also kann es sehr gut sein dass man die songs auch auf spotify findet da werde ich auf jeden fall nachher mal rein schauen dann haben wir hier noch so ein paar sticky notes für alle die sich gerne bestimmte kapitel oder szenen oder seiten oder was auch immer in büchern sortieren dann haben wir hier eine karte du bist mein lieblingsmensch auch mit diesem wunderschönen cover was wäre wenn das ist halt die große frage und die es hier im buch geht und dann haben wir hier noch mehr das buch wir haben einen badge auch wieder mit dem cover des buches drauf und ich habe hier noch was kleines entdeckt eine kleine musiknote aus holz weil es eben auch sehr musik ich bin mir jetzt nicht sicher ob da vielleicht noch mehr drin sind oder ob es nur die eine ist das hier mal raus da ist nämlich noch ganz viel so kleines packpapier drin und ich würde mich jetzt nicht wundern wenn da irgendwo da drunter noch mehr von diesen noten sind ja zwei also ich glaube es sind insgesamt zwei noten zwei verschiedene stellen wir das mal hier in den hintergrund und widmen uns kann ich die kamera wieder ein stückchen hoch schieben first world problems bitten wir uns mal dem buch also hier ist dieses wunderschöne cover dass wir jetzt auch schon überall gesehen haben rücken buchschnitt auch in diesem lila gehalten beziehungsweise ein bisschen mit farbverlauf so wie es eben auch auf dem buch selbst ist und sie hat es auch signiert das ist super süß ansonsten hätte ich nämlich mit auf die magicon genommen dann hätte sie mir das persönlich signieren können und hier vorne drin ist auch noch die playlist normalerweise ist ja ganz oft hier auf den ersten seiten irgendwo abgedruckt aber hier wurde es mit ins cover quasi in die innenseite des covers mitgenommen weil es eben sehr sehr stark um musik geht in diesem buch da macht das auch sinn lucas playlist embers playlist muss ich definitiv mal durchhören musik ist ihr leben ja das merkt man auf den parties abends auch immer die sind nämlich immer sehr sehr unterhaltsam so jetzt würde ich euch natürlich noch den klappentext vorlesen auch wenn der ungefähr auch so ähnlich auf dem brief abgedruckt war aber für meine zwänge und für euch noch einmal den originalen klappentext was wäre wenn die 17 jährige bonnie war schon oft verliebt und sie stellt sich immer wieder die frage wie ihr leben wohl ausgesehen hätte wenn sie mit ihrem crush zusammengekommen wäre aber leider traut sie sich nicht einmal jemanden anzusprechen denn bonnie ist viel zu schüchtern leichter fällt es ihr für jede unerfüllte liebe eine playlist zu erstellen um sich an ihre gefühle zu erinnern doch als sie beim hören ihrer songs plötzlich in eine alternativwelt geschleudert wird und ihre erste sommerliebe gegenüber steht ändert sich schlagartig alles denn es bleibt nicht bei einem einzigen welten sprung mit jedem mal lernt bonnie nicht nur sich selbst besser kennen sondern kommt auch ihrer großen liebe ein stück näher ich freue mich schon sehr 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 das buch zu lesen es erscheint am 31 mai ist aber natürlich schon überall vorbestellbar ich werde mir jetzt auch gar nicht so viel zeit lassen es zu lesen hier ist auch noch eine karte drin weil ich lea gern zum release unterstützen würde mit meiner rezension so als kleines off topic am rande wenn ihr einen eurer liebsten autorin oder autorinnen unterstützen wollt müsst ihr gar kein buchblogger sein oder gar kein social media nutzen es reicht wirklich schon wenn ihr auf amazon das buch bewertet ihr müsst auch gar nicht groß was schreiben ist es wirklich es reicht wenn ihr dem buch einfach wenn es euch gefallen hat 45 sterne gebt und dann ja finden wir autoren das sehr sehr klasse weil ganz wenig leute das tun bzw denken sie müssen immer was dazu schreiben aber das ist nicht so uns helfen diese sternbewertungen schon enorm also wenn ihr leer unterstützen wollt oder wenn ihr einen anderen autorin unterstützen wollt dann könnt ihr das so tun es dauert fünf sekunden und hilft uns ungemein kurze nutz am rande das war es jetzt von mir ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen tag bestellt alle das buch vor unterstützt leer damit und ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten mal wieder bis dann habt's fein tschüss